hallo und herzlich willkommen zurück bei this land is my land und ich bin mal bis hierher geritten wir haben hier unten die farm kaputt gemacht und ich würde jetzt sagen wir gucken mal obwohl jetzt sind die innerer außerhalb der grenzen ich weiß nicht wie ich das land hier oben soll ich habe keine ahnung aber wir gehen jetzt mal dahin klicken mal dieses camp an und fragen ob sie nicht lust haben bei uns mitzumachen tschuldigung pferdchen tschuldigung und da vorne stehen sie doch auch schon so guten tag die leute guten tag ich kann halt leider hier mit z nicht dieses pferd an mich binden so hallo ich hätte gerne dass ihr zu mir gehört und jetzt gehören sie zu uns und wir kriegen das land einfach nicht ich verstehe es nicht ist das nicht auch nicht das gehört uns schon ich weiß es einfach nicht ich habe keine ahnung auf jeden fall jetzt haben wir hier auch wieder ganz viel wegzudingsen könnte man eigentlich machen ich kriege das land nicht irgendwo muss da noch was sein das bedeutet wir müssen das zu stören das und das und das vielleicht gehört uns dann dieses land hier und der da ich glaube wir müssen den hauch töten müssen alles töten ich habe auch wieder ein paar ich habe mir im lager jetzt mal hier neun hunter bogen besorgt und mehr pfeile haben sie leider nicht hergestellt aber kriegen wir noch hin kriegen wir noch hin auch so groß ist das camp da vorne ja gar nicht apropos warte mal haben wir den points um kuchen wir noch ein paar guck mal das bedeutet es geht 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 es ich würde sagen wir lernen dass da wir wollen jetzt hätten wir immer noch punkte übrig mehr fälle das wäre auch nicht schlecht beziehungsweise obwohl ich habe ja super ruf die poker keine rufe dinge sind hier scout oder das habe ich schon ein bisschen geskillt merke mehr ding mehr stamina mehr heilung lieber scout vielleicht noch mal ich weiß nicht was das heißt ehrlich gesagt ich weiß gar nicht was ich suche ich weiß nicht was ich haben will was ich kann dann die zeit verlangsamen wenn ich das richtig verstehe mama weapon damage ich hab keine ahnung einfach einfach nur so stamina oder mehr heilung also mehr leben allgemein mama so machen wir machen einfach mal und hoffen dass es okay ist so stopp ich will jetzt herrn jetzt haben wir den jetzt bei glas ist zwar cool aber kraft für so hütten und so ist wenn die teckte halt nicht ganz schlecht und ich hoffe ich ist jetzt nicht gerade einer der mich über den fluss rum sieht ich glaube die schlafen gerade alle nehmen jetzt gehen wir hier rein und jetzt wird nach gegnern aufschau gehalten einmal aktivieren da liegt jemand da liegen zwei okay wir gehen mal ein bisschen weiter ich glaube der eine steht aber der der steht der steht der steht und guckt gerade doof in meine richtung und die man kann mich hier gucken der ist der läuft draußen rum glaube ich den auf glaube ich kann draußen rum ja 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 mit dem rücken so zusammen ich bin Krabbin-Krabbin-Krabbin-Krabbin-Krabbin-Krabbin Shekdebe Krabbin-Krabbin Das ist sehr schön Schlaf! Okay, der ist auch gerade aufgewacht. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der macht wieder zu. Dann machen wir wieder auf. Komm, Tür öffnen. Der wollte ja wieder schlafen, weißt du? Was? Ja, kann man gucken. Kommt da raus. Oder geht da wieder? Ja, komm, leg dich wieder hin. Geh wieder heier machen. Please don't kill me. Die tötet ihn nicht, keine Sorge. Okay, ich glaube, wir haben alle. Ohne einen Schuss abzugeben. Das nenne ich doch mal sneaky, sneaky. Das war für dieses Massaker, was ich letztes Mal angerichtet habe und für den kleinen Fail bei dem anderen, was ich am Montag hingelegt habe, umso besser läuft es jetzt heute hier. Irgendwie, denke ich mal. Also, gib mir mal kurz loot. Den schmeißen wir kurz hier rein. Und dann muss der noch immerdings werden. Ah, warte! Erst looten. Erst looten, dann immerdingsen. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Den da vorne müssen wir noch. Und dann haben wir, glaube ich, alle, oder? Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. So, den da noch. Und wenn der jetzt gleich immerdings ist, dann sehen wir, ob das der letzte war oder nicht. Und, ist es gewinished? Ist es gewinished? Yes, es ist gewinished. Sehr schön. Und schmeißen wir hier kurz das Gewehr rein. Und dann gib mir mal ein Pferdchen rufen. Das ist hier in der... Oh, da muss ich aber weithin latschen. Vielleicht zu der Mitte vom Fluss oder so. Es sei denn, ich weiß halt nicht, wie die Krieger hier rüber gehen. Die sind Pferdchen beim Fluss. Komm hierher. Komm hierher. So, dann machen wir mal das hier noch mal. Pferdchen! Achso, das ist gar nicht mein Pferd, das ist ein Hirsch. Ähm, mein Pferd kommt gerade angelatscht. Ich dachte gerade schon, mein Pferd ist nicht ganz so fein. Ja, da kommt es, da hat ein Pferdchenstiefel und dann verschwindet es jetzt. So ist fein. Ich hab das jetzt komplett verwechselt. Nun, nun komm hierher. Ja, komm zu mir. Braves Pferdchen. Ganz braves Pferdchen. Sehr schön. So, hier nach oben. Jetzt wird gelootet mal wieder. Und dann machen wir als nächstes, ähm, dann reiten wir hier rüber und machen das da kaputt. Und ich sollte mich immer noch da oben um dieses Gator-Ding kümmern eigentlich, ne? Ich sollte, ich weiß es. Aber das ist, ich will ja nicht schnell Reisen machen. Das heißt, das wäre wieder ein langer, langer Weg da hoch zu reiten. Aber ich glaube, das mache ich dann vielleicht demnächst so auf Screen. So, Weapon Print. Sehr schön. Überladen. Kein Problem. Pferdchen, du musst herhalten. Und so, du kriegst mal die ganzen Waffen. Ähm, meine Jungs, befreie ich gleich. So, was? Eingewärmt, schon wieder überladen? Das gibt's ja gar nicht. So, hier. Reinschmeißen. Bin eh gleich wieder überladen. Dauert eh nicht lang. Warte, warte. Gleiches bin ich wieder voll. So, alles mitnehmen. Sag mal hier außen noch was. Jawohl. Ja, wie gesagt, ich könnte hier auch meine Krieger hinschicken, aber ich trau denen nicht. Ich glaube, die laufen wieder einen 10 Millionen weiten Umweg und dann gucken sie blöd, wenn sie von einem Camp angegriffen wird, das zehn Jahre weiter irgendwo anders, irgendwo liegt. So, ich trau denen halt. Kein Stück. so, 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 da noch Loot drin und jetzt haben wir hier unsere Jungs, ne? Befreien wir mal die Jungs. Da waren wir drin looten und da war ich, glaube ich, auch looten. Ich glaube, ich habe alles. Bin mir aber nicht sicher, aber ich denke schon. So, gib mir mal Release, Release und den da auch rauslassen. Ich habe euch alle befreit. Ihr gehört jetzt alle zu meinem Stamm, Sushi und Sous. Okay, das, das, das und ich hoffe, die gehen jetzt nach hier hin. Dann könnte man das aber eigentlich vielleicht noch aufwerten, weil wir haben eh ganzen Loot, den können wir eh nochmal reinschmeißen. Ist ja nicht so weit weg, das Camp. Und wir reiten mal hier hin. Da müssen wir gleich nochmal umdingsen, ist nicht so wild. Hallo, kleines Schaf. Nach Cat, Cat, Catdingsen. Ja genau, da sind sie rein und die sind jetzt überladen. Mann, die sind schneller wie ich und ich bin zum Pferd unterwegs. Das gibt es ja gar nicht. Okay, wir brauchen Wood. Gib mir mal Wood. Wir brauchen Rope. und gib mir mal Rope. Gib mir mal Bohrpelt. Und gib mir und gib mir zweimal. So. Und das wird jetzt alles hier rein geput. Und putt, 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 putt. Einmal, zweimal, dreimal. Schließen, aufwerten. Yes. Und schon sind sie nicht mehr überladen. So, perfekt. Das bedeutet, die können gleich mal anfangen zu, herzustellen. und dann brauchen die eigentlich nichts weiter. Und das klomops ich den einfach wieder knallhart. Und den schmeißen wir jetzt den ganzen, das ganze Zeug hier rein. hier rein. Mehr brauche ich gar nicht, ne? So. Tada. Ah, jetzt bin ich in einem Zelt drin. Ah, lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Warte, warte, warte. Ich hoffe, ich kann die raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Ich bin jetzt gefangen. Okay, ich werde nie wieder. Was war da gerade mit F? Ach, hier, Leaf. Ah, man kann die Zelt... Was? Nee. Leaf? F? Ja. Warte, warte. Ich, ich capier's nicht. Ich will ja raus. Okay, das funktioniert aber noch nicht so ganz richtig. Okay, Neustart und dann hoffen, dass das funktioniert. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Warte mal. Pferdchen, wo ist mein Pferdchen? Mein Pferdchen steht irgendwo. Lass mich doch raus hier jetzt. Ähm, warte, ich probiere was. Ich probiere mal was. Vielleicht, vielleicht ist es ja wie in in Seven Days oder so. Aber nicht, dass das Pferd jetzt hier kommt. Kommst du mal bitte hierher? Oder bleibst du da hinten stehen? Das wäre richtig, richtig doof jetzt. Na, komm schon. Wo lief? Lass mich doch raus hier. Okay, ich glaube, ich muss schnell Reise machen. Komm mal hier, schnell reisen. Vielleicht, vielleicht hilft das. Vielleicht. Ich hoffe es. Neustadt hat nicht geholfen. Ich werde nie wieder ein Camp. Oh, ganz Dank. Wir sind frei. Wir sind frei. Pins War. What? Wer? Wie? Wo? Was? Pins War. Location Unknown. Äh, Underused. Ähm. Warte? War Pins? Die habe ich doch schon. Die habe ich mir doch schon komplett ausgesucht. Wir haben überall Achso. Ne. Learn. Habe ich doch gar nicht genug Zeug für. So. Okay. Ich bin auf jeden Fall draußen. Das ist schon mal sehr gut. Nochmal 15 Stuntpfeile. Noch besser. Pferdchen. Wieso kann ich jetzt nicht aufs Pferd steigen? Weil Ah Gott 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 Okay. I'm so wild. Sollen wir mal kurz sollen wir uns mal um die erst kümmern. Ich glaube wir kümmern uns erst um die es wird aber ein langer Weg oder? Ja es wird ein langer Weg. Ich wollte gerade ob ich da vielleicht doch schnell Reise mache aber nee erst erstmal muss ein Pferd herrufen damit wir wieder aufsteigen können So sehr schön So jetzt klappt doch hier alles wieder Okay jetzt hier nochmal ich soll tap to change warprint Sollen wir die jetzt mal machen Sollen wir die jetzt mal machen Ich bin doch hier in einem Kleben vielleicht weil ich auf dem Pferd sitz So Sollen wir die jetzt mal ändern einfach nur Warte mal hier ist Body Power Wolf Das ist Minus Emi Dingson Das ist nicht schön Tom Hawk Gaming Ich habe aber wir haben neue glaube ich ne Ich glaube die sind neu Habe ich neue freigeschalten jetzt Die sind Ich glaube die sind Neu Ich glaube wir hatten vorher nur drei oder zwei oder vier oder fünf oder sechs Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung was die gerade von mir wollen Ich musste später mal in Ruhe durchlesen Ich habe keine Ahnung was die gerade wollen Dann würde ich sagen reiht mal Autsch Pferdchen es tut mir leid reiht mal ganz schnell nach Hause aber andere sehr oder ich mache das offscreen und wir ach komm ich mache jetzt die da Es ist so hin und her gerissen es ist jetzt wieder viel Zeit was so ein Zweck ist aber dann mache ich das offscreen denke ich mal dann reite ich da hoch oder ich reite offscreen hoch dann machen wir den zusammen und dann reite ich wieder offscreen runter irgendwie so ich weiß es noch nicht weil Schnellreise möchte ich echt nicht machen es ist so viel Zeit die da vergeht die wir einfach dann zurück legen weil der weise man seine grenzen erweitert ohne ende und das möchte ich nicht so 200 meter hoffentlich schön im wald irgendwo im wald oh gott das sind die zwei cams nebeneinander ok Pferdchen die stelle ich mal innerhalb von 150 metern hin lasse mich mal absteigen und dann lasst uns mal gucken gehen so hier dann machen wir mal spyglass es ist tag es wird schon reichen jetzt für die für enemy detektor muss man ja doch eine gewisse nähe haben sonst kriegt die auch nicht erkannt die feinde kommt lauf schneller lauf schneller also vorsichtig jetzt da vorsichtig wo ach da sind sie ich sehe sie da ist das camp einmal hier durch den baum einmal der der pipus einmal der ok kriegen wir hin die zwei die holen wir locker flockig weg hier hoffe ich denke ich glaube ich sicher bin ich mir natürlich nicht ich der sieht mich gleich ne ich mal lieber in dem busch der sieht ein bisschen besser aus ist dann sind vor mal den einfach rum ich gehe mal gucken der ist umgeplumpst der ist einfach so umgeplumpst warte 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 bevor er ist schlafen nein nein ich wollte ihn grabben bringt mich ins umgelegen ich eingeschläfert krieg schlaf jetzt mein du frech dax du so looten looten imidingsen und und dann haben wir es gedings hier es war immer irgendwie man konnte den paar mal attackieren und dann nochmal packen aber das hat jetzt nicht so schön geklappt leider egal wir haben es ja geschafft wir haben es ja geschafft fort ist kaputt so muss das sein wir sind überladen so muss das nicht sein das campfire wird ausgemacht ich will nicht dass die hier will ich nicht so pferdchen ist auf jeden fall in der nähe dann rufen wir das direkt mal pferdchen beim fuß ich brauche helfe es ist so schwer kommt zu mir kommt zu mir dann machen das mal und dann gehen wir hier hin oh okay sehr gut das ist wieder so ein riesen camp dann werde ich einfach nur drauf gehen bei ja komm her pferdchen jawohl wieder jemand zu uns ins camp gekommen sehr schön oh ich hab dich gar nicht entladen pferdchen oh das ist jetzt doof ne ich hab das pferd nicht entladen aber wir können das pferdchen mal heilen und ich könnte auch mal was futtern juss juss so und schon sind wir nicht mehr überladen dann wir reiten glaube ich erst mal hier hinter und schmeißen das ganze Zeug weg und entladen unserem pferdchen und vielleicht kriegen wir ja nochmal den ein oder anderen stunt pfeil es wäre auf jeden fall hilfreich mal gucken aber diesmal bitte nicht volle kanne an dem camp vorbei wo ich rein will muss später fast hättest es wieder gemacht so wo ist jetzt hier da ist das camp so pferdchen ich glaube du bleibst hier beim camp vorher tun wir dich aber nochmal entladen take all und ich kann kaum laufen so muss dann sein und alles reinschmeißen einmal hier einmal hier das und jetzt sammeln wir noch mal ein bisschen zeug habt ihr noch mehr tee bugbrush tee warte mal was haben wir hier 140 poison das nicht ich will ich will nicht vergiften 55 heilung ok dann nehmen wir davon mal 14 und ich bin überladen ich bin viel zu voll dann feiner es ist zu wenig leute dann 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 sekunde schmeißen hier rein put items die machen mal das zähne noch mal rein die sind halt verdammt schwer so und dann gehen wir hier hin pferdchen ist auch leer bisschen näher ran reiten können wir glaube ich nur ein kleines bisschen näher ran gehen so das machen wir jetzt noch schnell nein nein lieber doch nicht näher ran pferdchen bleib du da bleib du da wo du bist bitte oh Gott oh Gott es sieht aber okay aus das lager sieht gar nicht so böse und groß aus du Idiots Dingsen Dankeschön und da kommt auch noch mal einer angestiefelt da kommt auch noch mal angestiefelt schlaf 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 mann omanometer ich weiß ihr seht mich gleich alle ich weiß nimm hin nimm hin ab im busch irgendwo hin wo man es jetzt vielleicht nicht so hund vermutet so zack weg damit und die miedingsen ich hoffe jetzt nur der weckt den jetzt nicht oder sehr sehr schön der liegt wenigstens ei 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 das ist noch einer schlaf 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 das camp wurde gewanischt dann lache ich das wäre mega aber ich glaube so viel glück kann man nicht drin sind noch ein paar leute mit dem liegt da noch einer nicht das sah jetzt nur so aus mit die weg mit dir sehr gut ich wollte doch nur mal gucken in dem camp und schwupps die wupps habe ich irgendwie alle zu mir gelockt da hinten läuft noch einer wer ich bin ich wie soll ich denn sonst sein komischer komischer typ aber drückt halten hier in der nähe sind wir auf jeden fall keiner mehr und jetzt sieht man doch noch mal schön es hat keine unbegrenzte reichweite aber vielleicht ist deinem haus ne der ist keiner vielleicht ist das der letzte der darum rennt es wäre möglich und die geht da jetzt schlafen oder noch mal noch mal hier im bedingsten aber wie gesagt vielleicht liegt einer im haus drin den mann so sonst gar nicht sieht okay da ist auch noch mal einer den sehe ich ich hab halt nur noch 22 pfeile das ist schlecht nein nein du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich ganz und gar nicht der darin schläft den kräpfen uns jetzt ich tötete dich nicht ich tue dich in tue ich tue dir kein leider immerdings und dann liegt da drin noch einer der schläft und dann haben wir sie glaube ich ohne da liegt noch einer den habe ich gar nicht gesehen dass die nach dass wir den aktiviert haben wie ist das denn passiert so hier müssen aber doch auch noch einer drin legen kommen 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 und wo bin ich denn hierher kommen wieso habe ich das sternchen nicht gesehen wieso da liegt auch noch einer drin sehr gut dann dann wissen was jetzt das bedeutet wir machen hier mal die tür auf dann macht er auf schön aufwachen kommt da raus oder nicht wenn er sich gleich wieder hinlegt schnell bevor die nacht wieder zu Ende ist das nehmen die immer ab und dann immerhin mit zwei ist dann fall kein problem jetzt machen wir noch den big buster kaputt und dann ende ja so ist fein so aber der warte warte der wacht glaube ich gerade der wacht gerade dass er selber auf kommt er raus der kommt raus ich warte auf dich nein 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 der warte macht sehr gut ich bin überladen ist nicht so wild big bus ist auch kaputt tschüssi und ganz abhauen mein camp ist eh gleich in der nähe das wird super nicht so böse sein und vor dinge sind ist gewinnscht ich glaube echt dass da vielleicht noch und dann gehört uns hier das land das wäre cool so pferdchen ich habe blut zum abholen genau dann lute ich wieder an ruhe und wir haben einiges geschafft und wie gesagt ich denke dieses eine camp vielleicht noch und dann gehört uns das land irgendwie so ich habe keine ahnung auf jeden fall sag ich schon mal vielen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss komisches pferdchen was machst du da komisch